so leute baller casino auf casino club immortal romans neue spielfunktion keine ahnung ob ich das schon mal hatte hier neue spielfunktion so gewinn keine ahnung gewinn ich habe noch nicht gespielt okay einsatz 60 cent ich bin mal 60 cent warte mal ich muss das auto drehs das meinst du wir nehmen mal 100 drehs ich das noch ein bisschen dunkler das bild oha sara natürlich schlecht wild desire bonus wird zufällig aktiviert das ist ja das was ich was ich meinte diesen wild desire den prog den habe ich noch nie gehabt ich habe schon so viel rumgezockt jawohl leute er geht rein 60 cent ist nicht viel aber anscheinend habe ich hier auch schon mal gespielt zwei balken ist nicht doll immer so mal sehen zwei balken ist zwei balken ist Oh, schade. Schade, das Lied ist so toll, dass das so schnell wieder zu Ende war, aber naja, okay. In Ordnung. Ah, ich hörte euch jetzt Autodrehs machen. So. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Amen. 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 Jawohl Leute. Mach mal die Chance. Amen. Oha. Schon mal nicht schlecht. 56 Euro. So. Das kann man machen. Aber irgendwie hatte ich das auf schnell drehen hier eingestellt. Warum hat das immer so schnell gedreht? Na ist egal. Ne, guck. 50. Hat er das nicht genommen. Doch. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Oha. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt sind wir wieder bei unserem Startwert, womit wir dann vor 3-4 Stunden angefangen haben. Jetzt fragt ihr für 3-4 Stunden, das Video geht da, ist 22 Minuten. Ja, aber die Videos davor daneben. Wenn ich hier 3-4 Stunden durchstreame, oder streamen tue ich ja gar nicht, durchspiele, dann seid ihr eingeschlafen und ich auch. Ah, schade. Aber wie gesagt, ich bin ja noch heiß auf den Wild Desire Bonus, oder das Wild Desire Feature, dass das mal ausgelöst wird. Und das wäre ja noch heiß. Jetzt kommt das mal ausgelöst. Ich fühle mich, wie gesagt, dass das mal ausgelöst wird. Und das ist gut, ne? alle leute guckt euch das an ich habe nichts gemacht er hat abrupt gestoppt jetzt auch wieder und eben hat er dann die meisten einzeln gestoppt ist echt erstaunlich wie sowas kommt wow und 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 Mitte da. Nein. Zweimal. Okay. Fehler. Oh Leute, weil die sei ja ausgelöst und gleich einen Fehler hier hat. Die Spielsitzung wurde beendet. Fließen sich die Seite. Tja Leute, was soll ich sagen? Wir haben schöne Freispiele gehabt. Wir haben, weil die sei ja zum Schluss noch gelöst hier. Ich würde sagen, das reicht hier mit Immortal Romance. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.